so wenn jetzt wenn wir auf einfache gegner stoßen die nicht gepanzert sind dann lassen wir die für meinen revolver erst mal außer es wird jetzt so kritisch dass wir über den hofen geschossen werden dann natürlich mit reinhauen mal gucken wo die dichteste festung ist da ist gleich eine festung auch hier aber hier sind immer unheimlich viel gegner müssen aufpassen so truppenmissionen jawohl dann gehen wir da so langsam in die richtung würde ich sagen da sind gegner das könnten aber gepanzerte sein es könnte schon zur festung fast zählen bei der festung sind die mit den schildern immer ganz schlimm warte mal ich glaube die sind nicht gepanzert sind nicht gepanzert guck noch mal rum guck noch mal warum traurig ja ja das war kein kopf zu belassen liegen lassen 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 kommen lassen kommen lassen kommen der kommt okay das war kein kopfschuss auf jeden fall ok 33 kopfschüsse haben wir gemacht da ist auch noch einer einer kommt noch ja hier wo denn wo denn wo denn wo denn da warte lassen noch lassen doch er liegt er liegt schon er liegt schon er steht da wieder auf okay ja rechts von dir rechts von dir ja links ist auch einer wir können jetzt ruhig ein bisschen vorgehen ganz ganz langsam vorfalls gehen auch hier ist noch einer um die ecke macht die macht die rechts ruhig weg macht die rechts auf dem dach weg und der geradeaus ist auch ist jetzt ich nehme den links hier ist denn der hier da ist einer ok wir sind eingelaufen ja da hinten ist auch noch einer auf dem dach ist einer jetzt kommt er wieder raus und unten unten und kommt er ja ein kopfschuss macht den zu euch kommt macht den weg macht den ruhig weg links von dir steht einer ja macht den bei euch weg da kommt auch noch einer jetzt war noch einer noch vier hinter mir ist noch einer hatte ok drei noch ich komme ja zu euch da kommen die von anderen seite noch welche auch hier drin ist einer ja hier vorne kommt einer zu uns das ist gut los in deckung den auf dem dach könnte weg waren da kommen die ran zwei noch auf dem dach ist weg rechts sind noch zwei hier ich muss noch kurze platte rein schieben vorwicht ich guck mal rum naja ich muss aufpassen oder lass sie kommen sind bei dir dicht welche dran alex lass sie mal kommen vielleicht kommen die wissen dich daran hier dann haben wir die scheiß aufgabe weg das wäre ganz cool ich will brauchst du noch dann zwei kopfschüsse oder ist das richtig ja komm nicht ganz weit weg auf dem dach sitzt einer ja dann lasst uns runter zur tankstelle hinter der tanker oder in der tank ist er jetzt er lasst uns runter zur tankstelle da sind noch einige fach er hat ja richtig reingehauen ist er noch drin hier ne der ist weg ok alles gut kannst du ja drei verbände brauchen wir noch ne ja ist hier einer auf dem dach und die waffe haut ganz schön rein die ich hier habe ich irgendein gemobst heute da hinten ist ein haus deckung der kann deckung vorricht habe ich aufpassen vorsicht ein verband habe ich sehr schön hier kommen welche auf der auf der rückseite von der tanke auf der rückseite ja ok naja genau das dauern auf die reichweite krieg kein kopfschluss dann lasst uns mal in die richtung dieses hauses gehen dann haben wir nämlich um die festung rum schon alles gesäubert da ist noch einer da wo markieren da unten wird noch einer herr war links links ja links am zaun ja dann ist weg kommen hinterher der ist weg kommen erst mal daher hier ist eine kaufstation seit einer was braucht er ist sehr schön wofür sind diese sender diese drohne aktivieren das ist einfach nur das gegner markiert werden um das alles einfacher zu machen wir gehen jetzt einfach rechts einmal im kreis und machen alle gegner weg damit wir die festung frei haben hier sind noch welche hier sind noch welche also ich habe hier glaube ich einen gesehen ja da ist einer so ein kopfschluss noch da ist noch einer da hier der also ich genau es war kein kopfschluss shit war kein kopfschluss aber da unten sind noch welche ich muss mir mal irgendwie eine zweite woche nehmen hier ja auf jeden fall zum rausnehmen da sonst sonst ist irgendwann dein wir haben eine m4 ist noch gesperrt kommst du ran dann lass uns mal hinterher gehen dahinten ist auch noch einer da das ist die festung glaube ich naja wir gehen genau wir gehen ja immer rum und dann shit was waren das ok kopfschüsse sind durch ok ein bisschen in deckung gehen und erstmal alles weg machen hier dann kommen halt noch mehr ne das oh ey sind die weit weg und sami lass dich bitte wenn es geht nicht oben auf dem dach irgendwie abschießen oder so da kommt man so schlecht zum rettenrande stehe und direkt im beschuss da ist nur einer das auch da was ey oma stirbt soll ich noch auf den schießen ja die schlucken schon wieder wie sagt ey so jetzt mal gucken ob da vielleicht noch mal irgendwo ein an festungsschlüssel hat mit welcher taste markierst du mit der scheiße da ist ein schlauchboot versteckt euch mal kurz heli kommt wo da hinten okay das sind gepanzerte alex pass auf das schlauchboot steht einer festung jetzt na scheiße das ist nicht gut da geht es auch rund ja kommen wir schnell durch rüber wie kommen er denn hierher ja da sind spieler wollen wir angreifen oder nicht angreifen nicht ne wo ist denn der exfiltrationspunkt ist hier ein verband zufällig drin warte mal will ich sowas da machen können wir können einfach mal warten bis sie die festung gesäubert haben und gucken gehen ob die daten rumliegen das wäre die möglichkeit aber dann dürfen wir uns jetzt nicht verraten irgendwie hier ist noch ein tresor vielleicht macht denn ja einer auf dann kommen gegner wo ist denn der drohenturm kommen wir hier nehmen und kommen wir direkt kommen wir daran ist ja oben auf dem dach würde ich sagen doch mal dass wir den mal an machen vielleicht warte mal hinten ist der schlauchboot vorsicht deckung deckung der schlauchboot hier geht es hoch ok ganz nach oben ja würde ich hier knallt irgendwo wo ist ein alex ich bin oben ich de gelben punkt ach da ist ok ich aktiviere den jetzt ja mach mach ultra 1 drohne ist in position ach du scheiße aber ich sehe keine spieler nicht das sind keine spieler weil vielleicht sind die abgehauen dann die sind ausgefüllt die rechtecke okay dann lass uns mal rüber gucken wir gehen mal ganz vorsichtig gucken ja ich hab wohl leider keine sniper dabei oder sowas so zusammenbleiben mpcs aufpassen zusammenbleiben aus dem haus gegenüber du bist da und ich bin da und ja aber macht macht auch safe guckt erst mal in dem haus aus dem fenster schießt daraus ich bin unten im haus ich bin unten im haus relativ safe ich komme ich bin auch dort nicht mehr weggekommen bist du von von aus range erschossen worden oder aus dem fenster ich bin hier nicht mehr weggekommen ich bin also im roh fest gehakt im scheiß wo bist du denn ich bin hinter dem haus er kann man kommt hier rein ich hätte ich habe ich habe den zwei mal angehittet am fenster aber dann hat er mich leider getroffen ja wir gehen hier eher in die richtung müssen aufpassen die hinter uns sind erstmal nicht so wild hier drüben ist einer drin aber den erst noch mal ein helikopter da ist noch einer der fenster ist weg ja es wäre aber glaube ich besser wenn wir die da drin weg machen die fallen uns sonst in den rücken vielleicht aufpassen wir waren insgesamt vier kreuze vier symbole waren hier sind vielleicht oben auf dem dach ich habe noch ein verband sehr schön einer erstmal hochgucken siehst welche sind da oben welche ok damit runter und dann gehen wir die stimmen sind stimmen ja das hat weh getan die sind hier auch irgendwo glaube ich noch da hinten laufen welche aber die haben uns noch nicht gesehen warte mal zurück kommen zurück auch da sind die haben uns gesehen dann rüber zur festung npc ist da und sonst also wir haben nicht mehr so viel zeit ne glaube ich neun minuten neun minuten ist schon ganz schön spät sowie kommen jetzt hier hoch hatten wir einen schlüssel hier war eine leiter irgendwo außen ist aber noch verschlossen wir müssen irgendwie erste leiter die leute looten aber es ist das hat man schon mal in in der stadt du kommst wenn es verschlossenes kommt auch über leiter nicht rein du brauchst den schlüssel warte mal das ist eigentlich so gut ich würde sagen wir exfiltrieren mal kurz welchen ich überlege gerade ja die dichtesten 400 meter da ist auch eine balance irgendwo ich kann ja mal schnell looten ob die karten haben ich weiß nicht ob das spiel nicht auf entfernung mit der knarre das sind spieler das sind spieler das einer ist noch glaube ich jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr man man würde es sehen wenn wir die rucksäcke sehen irgendwo ball hat es noch hat denn hier keine festungsschlüsselkarte dabei du hast jetzt das auto markierten kann das sein ja es kann sein aber die richtung ist ist trotzdem richtig dichter zusammen bleiben genau wir sind viel zu weit auseinander ich bin ich bin da das gluten nee dann sind es keine spieler gewesen dann war eine festungskarte hast du eine festungskarte warte 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 die es ist schon so viel zeit rum ich würde sagen wir exfiltrieren weil er muss die lotus daten auch exfiltrieren bis wir die haben ist die zeit wieder so knapp kommt mit auto schnell dahin dann waren es aber wirklich npcs dann war es doch keine spiele falls einer raus fällt einfach schreien laut nicht wahr die karte behält man dann für die nächste runde ja die behältst du okay aber halt nur wenn du wenn du mit dem alien kommst wenn du tot bist dann bist du weg ja wenn wir jetzt genau wenn wir jetzt ankommen braucht ihr moni ich habe ich glaube ich glaube du kannst keine kiste werfen hier drin irgendwo ballern so so wir gehen von hier gucken vorsicht an der tankstelle erst mal ich brauche moni ja okay jetzt noch mal weiter eine geschnitten aber dann hole ich mir auch schnell moni ja machen wir voll da kommt gerade der hubschrauber da sind also welche warten hier wohl auch hier wurde auch gelootet in der tanke sami alex warten nicht erreichen nicht angreifen ohne ich habe gerade nur ein dings gesucht noch open verband verwandt ja noch ganz cool aber hier wurde schon ja auch nicht am besten jetzt nichts sehen lassen die braucht kein mensch vorher zurück die verbände sind auch für eine mission oder ja die christian hier nach auch eigentlich die miss die die den auftrag wenn ich zählte nur noch einer ja so mal gucken ob wir jetzt noch mal schnell hier das hinbekommen lass mich gehen du hast die verbände wenn ich sterbe lass mich versucht ihr trotzdem zu exfiltrieren so wo ist der rauch wo bleibt der rauch das kostet sprit hier ich gehe ich gehe kurz den rauch aktivieren das ist ganz schön weit ich glaube wir müssen uns dichter verstecken ich glaube wir verstecken uns ein bisschen dichter kommt man rückt man nach ein bisschen 10 was zu holen soll mal gucken sieht aber aus als ob hier alles gelootet wurde ja oder hier steht auch gar nicht viel rum heli kommt so das sind die spannenden momente das macht irgendwie spaß obwohl wo ich die daten hatte und dann ein meter vom heli abgeknallt worden da hatte ich schon kappe ja ja es ist schon scheiße manchmal wir hatten auch so momente und nicht so offen in der tür stehen bleiben am besten da sonst am besten hinlegen dass sie nicht noch abgeschossen wird man einen sniper mann wir haben wir seit langem wieder auch schön exfiltriert gut jetzt danach machen wir definitiv deine deine festung gleich etwa schon mal auch eine fehlt noch ja eine fehlt evakuierung hier glückt scheppert wieder punkte so ja ich nehme es auch eine andere von rein ich muss auch wechseln ja glaube ich habe ich jetzt wohl dies dies aber auch nice wofür levelt man eigentlich hier die waffen wenn man die nicht ändern kann das ist einfach für deine multiplayer waffen das zählt auch für deine multiplayer waffen die die erfahrungspunkte hier also für battle royale und so nicht für multiplayer also für ganz normal team deathmatch und das ganze also ja 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 ja